so ist es auch so ja ich kann es nein lol jd das hättest du sehen müssen einfach mal durch die red ja ja ich mach gar nichts ich tritt nur dreieck ich mach nichts ich baue uns wieder zurück siehst du das ich baue es wieder zurück aber geht immer wieder von neu los keine combo ich versuche es da oben mal zu grinden und das so zu machen wie du nee jd ich bin gerade out of map geflogen und wurde resettet ich habe die stelle mit dem wachs gefunden auf jeden fall ja perfekt ja special und ich werde resettet was das ja das geht hier ja ich werde ja direkt nächste bach oder was ich werde schon wieder weggebounce von der ecke ja ich hab's ich bin out of map forever madonna wie hoch der madonna mich treibt ich bin wieder zu sehen ich bin wieder fliegen der haupten kopf ja ich bin einfach ja nein hä siehst du geht das nicht oder was doch jetzt ja einfach durch die wand gekleidet was ist das komplette waren ja ich ja nicht so dass da an der stelle irgendwie so zwei das ist eine wand geht das ja der editor ist einfach schrott in diesem spiel von 2003 oder 1000 mal besser ich werde mal wieder zu an dieser stelle werde ich auch immer wieder zurückgeschoben wenn du eine rail oder irgendwas hast und tschüss und ich will wieder auto ich will wieder auto das ist so verpackt dieser ganze editor der ganze bild ihr habt glaub ich gefällt jedenfalls kloppt mir jetzt nicht mal ja ich bleibe einfach mal so durch ja 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 was soll das denn bitte für einen wallplatten und was für ein hip transfer ja wo willst du denn hin will auch in die luft fliegen ich will auch in die luft fliegen naja ich liege immer nach out of map oder hier bin ich schon wieder in diesem raum hier gefangen ich glaub's ja nicht verdammt hin ich hab mich ich hab keine ahnung ja ok dann grinden wir einfach hier und tschüss und schon wieder auto ja junge das ist so nee das heißt ich kann's bitte auch ja ich kann schon ja ja und tschüss wieder nach unten das ist ich schaffe das habe ich schon wieder trägt das reicht mir schon lol ich nehme meine hände jetzt noch vom controller ne jetzt hat er genug in die machen wir noch mal dran an hab ich jetzt aber auch schon vier oder fünf mal gesagt vielleicht bin grad was hier an bearbeiten und dies und guck mal hier und guck mal jenes ja dass du dir die ganze zeit die Dings verschoben hast du nicht gesehen also wenn du hier voll speed lang grinden ist alter ist das noch viel cooler oh warum ha 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 und tschüss wieder geht's ab mit der Kellenball bei mir ist dann uns ich fand ich kann ja gar nicht hin wie machst du das bitte ja und ich baul mich obwohl ich komplett gerade war was soll das denn und er wollte sich schon wieder was ist das ich probier's bei ranked mal ja alles klar alles klar natürlich ja 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 dicker was war denn das wo bist du da ja ich bin hinter allem grinden konnte wo man nicht grinden sollte und so weiter und so fort Dann mussten die das erstmal einstellen, dass man das nicht brinden kann. Und die können das alle. Und wir nicht. Das sind Debs. Ja und? Ich will STK Tony Hawk STK-Editor haben. Egal, das ist ne Shunbox. JD spielen wir ne Runde Highlands Seek. Ja, in den Treppen. Warte. Ja, genau. Was ist das denn schon wieder? Du, warum kann man das überhaupt grinden? Ich muss auch nie in der Ecke grinden. Ja, was fand ich das? Ja, genau. What the fuck? Special, special, special. Ja, und jetzt fliege ich. Hallo, hallo Map. Ey, wenn JD fällt, dann lande ich die Kombo. Dann kann man die Kombo doch landen. Ja, aber du fällst, fällst. Ja, nein. Awww. Guck mal JD, ich hab 300.000 Basispunkte. Gernal. Ja, das ist leider Legend. Wenn du das mit Bugs machen musst. Jetzt bin ich Out of Map gefallen. Was war das denn? Ich bin Out of Map gefallen. Ich hab, ja. Junge, ich hätte das landen können. Auch gut. Ja. Super hast du das geplaced. Ja. Oh, hier, das geht bestimmt auch hier. Ja, man. Ja, man. Da bist du so schön mittig grinden. Mega sick. Ja, genau. Ich stehe. Awww. Ja. Ja, und wie das Superman hier Out of Pipe. Out of Half Pipe auch mal super. Ja, GG. Also man muss quasi tatsächlich 10 Millionen Kilometer hohe Wände machen. Als erstes einmal rundherum und zwar weit irgendwo innen. Innerhalb der Map. Andererseits bringt dir das auch nichts, weil wie du siehst, kann ich ja einfach durch Wände grinden. Das ist die Linie, wo es von Map zu Out of Map geht. Und das ist, glaube ich, das Problem. Dazwischen müsste es, glaube ich, nochmal irgendwie so einen Puffer geben, wo das auch noch irgendwie als Map zählt, aber ne, wo man nicht drauf bauen kann. Ganz einfach. Und dann würde das diese ganze Problematik beheben. So, dieser Bereich hier, wo noch Zaun ist, das müsste halt noch Play Area sein, aber dass man da nichts bauen darf. Gute Map. Ja, die Map ist super toll designt, aber das ist, nein, das ist, das ist aber editorseitig. Dass man auf dem Boden grinden kann, das ist total dumm. Weil, warum soll ich auf dem Boden Dreieck drücken? Für ein Manual? Der macht Special Manuals. Der macht Special Manuals. Der macht Special Manuals. Special Manuals für ein Dreieck und da habe ich das erste Mal herausgefunden, dass man auf dem Boden grinden kann. Am ersten Tag auf Developer Maps. Ja, weiß ich noch. Ja, ich habe zweimal zwei Special-Grind-Tricks. Vier mit, äh, vier, vier, vier Flips und vier Grabs. Ja. 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 Von daher. Ähm. Also, ich finde man da tatsächlich viel zu wenig Möglichkeiten. Wie meinst du das zu wenig Möglichkeiten? Ja, also, du hast diese eine Ecke, wo dieser Busch ist, da direkt am Start, dass man das nicht covern kann mit so einer Halbrunden-Ecke oder so, einer Innen-Halbrunde. So, weißt du, das ist was ich gibt, so. Das vernünftige Ecke gibt's halt nicht. Die ist dann außen, äh, unten ist die total breit und oben ist das dann nur noch so ein Pixel. Fliegen jetzt die Scheiße. Okay. Ja, und ich fliege schon wieder, was ist das? Ich will... Ich will... Ich will... Vielen Dank.